Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Gerometry Dash. Ähm, erstmal eine Sache, Entschuldigung, dass ich mich so komisch anhöre. Ich habe eine ziemlich starke Erkältung, aber es bringt mich nicht wirklich ab, keine Let's Plays zu machen. Deshalb wird jetzt nochmal eins kommen, und zwar nochmal ein Dämon, woran ich auch schon lange, lange, lange arbeite. Sagen wir mal, tausend Attempts und bin bisher bis zur Hälfte gekommen. Ich habe jetzt nochmal zehnmal hintereinander das Level in Practice gemacht, damit ich die ganzen Parts in den Kopf bekomme. Das geht ja bei mir ziemlich schwer leider, aber genug gequatscht. Und jetzt geht's los mit X-Step, Version 2 von Neptune. Und jetzt ist es nicht wirklich ein super, mega schwerer, ähm, Dämon. Oh, scheiße. Das ist jetzt nicht wirklich so ein super, mega schwerer. Das ist eigentlich ein ziemlich leichter. Weil sonst wäre ich ja nicht so weit gekommen. Ich bin jetzt nicht wirklich so gut im Show-Rammy-3-Dash bisher. Aber, naja, ein Versuch ist wert. Leider nicht. So, da sind wir ja auch schon ein bisschen weit gekommen. Mal sehen, ob ich meinen Rekord breche. Ob ich den, ob ich den Dämon breche, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube nicht. Ich hab doch gedrückt. Man hat's doch gehört. Okay, okay, okay. Du willst es also wissen. So. Ach, Mann. Ich hab doch nicht so lang gedrückt. Das war unnötig. Das lecken wir hier nicht. Man sieht das nicht. Nein, ich hab so gedrückt. Man hat's doch gehört. Ich brauch echt ne Ma... Ich brauch echt ne Maus. Unbedingt. Aber so kann ich echt ne Spiel. Eine dumme Leertaste klemmt nehm ich manchmal. Und das ist natürlich bei Jorammy-3-Dash nicht gerade toll. Ja, das ist... Das ist mega dumm. Boah. So. Okay. Kein Problem bisher. Nein. Jetzt bin ich genau da gestorben, wo ich letztens gestorben bin. 58. Drücken. Drücken. Einfach drücken, dann hat sich die Sache eigentlich schon gegessen. Oh. Nein. Viele Dreier sind hier auch leider wieder dabei. Sehr nervig. Warum bin ich jetzt gestorben? Mann. Nein. 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 So, jetzt bin ich wieder da. Das ist so dünn hier, ey. Oh Gott. Was machst du? Oh, Mann. Ich lasse alles. Es ist schon sehr schwer für mich, muss ich mal sagen. Ach, komm. Oh Gott. 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 Leg. Machst du lenken? Oh Mann ey. Nein, ich... Nicht dort. Mann, es war gebrochen, aber nicht wirklich um eine Menge. Scheiße. So, 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 so. Ich glaube, ich mach nochmal schnell praktisch. So, wieder da. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser klappt. Ich hab ne praktisch grad in zwei Versuchen geschafft. Bin zwar bei 62 wieder gestorben, aber... Ach, trotzdem, ich hab jetzt mal versucht, es in den Kopf zu bekommen. Dass ich da und da nicht hüpfen soll. Mann, was ist eigentlich los? Leute. Nein, das ist nicht dein Ernst. Oh, ich hab nicht gedrückt. Scheiße. Von 62 auf 87. Das wären, glaube ich, nur noch diese zwei Bälle dort gewesen. Ne, fünf, glaube ich, nur noch gewesen. Und dann hätte ich's geschafft. Und dann hätte ich nur noch so dünne Dinger gemacht. Aber, oh Mann. Nein, das ist nicht dein Ernst. 960. Oh mein Gott, was hab ich jetzt gemacht? Oh Mann. Bist du bereit für die wahre Drachenpower? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Untertitelung. BR 2018 Komm schon! Ja! Ja! Ja!! 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 Ja!!! Ja, 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 geil, geil, ich kann's nicht glauben, ich hab's im Let's Play geschafft, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, nein, mein achter Demon, oh meine Fresse, ja eigentlich der neunte, aber keine Ahnung, irgendwie wird bei mir der neunte nicht angezeigt, ich hab ja, äh, Demon Mixed K, also, es war ja eigentlich ein leerer Demon, und wahrscheinlich wurde dann der Demon gelöscht, schade eigentlich, ich hätte eigentlich 9, aber, ja komm, jetzt hab ich wieder 8, und 10 Punkte, alter, geile Scheiße, hätte ich echt niemals gedacht, dass ich den Demon im Let's Play schaffen könnte, oh meine Fresse, endlich, Ja, okay, nee, ähm, äh, wie viele Attempts waren das nochmal, ach, ich schreib einfach mal, ne, ja, äh, ja, einfach, g, 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 so, alter Demon, ja, geile Scheiße, Mann, das ist so krass, Bin, wie gesagt, sehr lange daran gesessen, aber, hab es in 1146 Versuchungen, gebangt, baby, huu, haha, das war's mit Gerometry Dash, einem Demon, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder, Und, ja, bis bald, und schau, Leute, RAAA!